Hallo Leute, hier ist Mr. Wazeman von Hotwire Race und ich präsentiere heute aus gegebenem Anlass diesen Proto-Pi-Bass, der ist vom Feinsten, denn ihr wisst ja wie es ist, es muss vom Feinsten sein, aber es darf nichts kosten wir haben hier alle Kriterien erfüllt, das ist alles vom Feinsten, wir haben hier einen schwarz lackierten Peabody mit schwarzer Platte, mit einem handgewickelten Hotwire Vintage Tonabnehmer, der Hals ist aus Ahorn wir haben hier wunderbare Hipshot-Mechaniken drauf, was hat er noch? Eine Brücke hat er auch, zwei Knöpfe, Halshalteplatte und vor allen Dingen einen super Sound Töne Bis zum nächsten Mal. Starker Bass braucht starken Draht. Klare Sache. Dann nehmen wir immer das hier. Das ist stark genug. Geld regiert die Welt. Diese wunderbare Protopie. Heute nur 650 Euronen inklusive Pickup-Mechaniken. Brücke, Holz. Also, zugreifen, solange der Vorrat reicht. Ich bin Mr. Bassner von Hardwire und sage Rock on. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Untertitelung des ZDF für funk, 2017.